Und pass auf, die sitzen zu Hause mit den Gaming-Handschuhen und klatschen sich gleich ab. Boah, gut gespielt. Ja, ja, die Gaming-Creme. Das ist okay, ich würde sie gerne kriegen. Gaming-Creme, das klingt irgendwie noch... Das klingt noch... Hubertät und Panerseide. Gaming-Creme. Das klingt so reklart. Ist das wild. Sieht das so? Ich hab noch nie so einen Scheiß gehört. Ich heule. Ich heule. Alter, ich rufe der Kopf. Das kannst du mit dir echt ausdenken. Die gay... Die gay... Alter, ich will schon heulen. Die Gaming-Creme. Nein. 定esideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide Vielen Dank.